N-Welt is real Für die Familie Ich tue alles für die Familie Ja Das tut hier um Oh yes Ich hab meine E auf Dings Du hast Down-Syndrom, das hast du Ich hab meine E nicht auf Smartcastle Ich wundere mich warum ich nicht springe Hey du kannst mit Siljen jetzt die WC Ey ey, wenn man ganz leise ist Kann man das Syndrom von Lukas sogar hören Ich denke mir, wieso springt er nicht Äh, habt ihr es gehört? Steht da so Bleibt einfach stehen Wir haben übrigens Die richtige Ruhe in Sonnen Also wir chillen einfach die ersten 30 Minuten Und gewinnen dann alles Okay Da kam mir ins den Flash Er hat kein Mana, wenn wir den Trade gut rausgehen Was wir gerade tun Und sein Schild ist jetzt wieder raus Ich Flash auf ihn Oh mein Gott Ich hab noch Heal Ich hab noch Heal Und die haben keinen Heal mehr und keinen Flash mehr Der Looper kann einfach raus Raus keinen Flash Da, der kill Auto attack you Das ist der Fucklight Moment Ich hab noch auf ihn gewartet Okay Board Ich hab keinen Ich bin raus Wenn ich einmal back, dann geh ich top HOLD Boah Ich komm schon Ich hab einen H-Walds erfüllen Scana Botlane Hat Predator benutzt Ich frage die Ich sterbe Aber dafür kriegst du ein Lovic Oder nicht? Nee, die haben noch alle Ulz Aber keinen Mana mehr Na, die haben noch wenigen Mana für alles Einmal Bist du dumm, Varus Hat 120 Mana gehabt gerade eben Das ist seine Ulz und nichts Ja, Varus ist ja auch nicht das Problem beim Dile Das Problem ist, dass Soraka sag ich schon Jenna halt komplett Aids ist Nein Nein Irgendwie hatte ich gerade ganz kurz einen Black Screen Ich auch Du auch? Ja, ich auch Was war das denn? Nö, ich nö Das war so klar Bis dahin David hat's wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt Wahrscheinlich war's doch Ja, Digga Meine Fresse Und der hat's schon wiederholt Vor allem nicht mal Der blöde Huan Bitte Geht's weg? Oh mein Gott Ist aber ok Flash Varus Und So weiter Ich musste nichts verwenden Insofern Ich hab nur Exhausted Ich hab immer noch Flash Ich hab Flash Heal Ich hab auch noch Stopwatch Ich hab noch keine Ulz Hallo Jake Was? Muss ein paar Tower machen Ja Hier ist Annie Ja Annie ist weg Das solltest du aber wissen Nach ungefähr 2.000 Leuten Und Snack Ja, ich hab kaum jemanden da Wo ich hüte für immer ein Live Und Dead Man Und so Ich hatte nicht ab bei dir eben Wieso stehst du da Annie? Du hast Flash und Smite ab Ja ok Ja Ja, ja Ja ok Was gebracht Geh mal weg Flo, geh mal gleich ab Ich muss mich aber Ich werde auch noch abgeben Wir sind 2 für 1 gegangen Geil Nein Weißt du, du wärst ja nicht gestorben Nee, stimmt Nee, weißt du nicht Ja und Jarvan hätte mich getötet Mit 3, 4 Autos Ja mit 1 Hatte noch 280 Leben Ja Wie viel Mana hatte Jarvan? Wenn er keine Mana hat Kann er dich in Passive nicht töten am Anfang Wie heißt dieses Scheiß-Item? What the fuck? Hä? Haben sie das Item Nice, war Ach Nice, ich hab Kinks eingegeben Ich hab mich schon gewundert Äh, oder auf Deutsch Ritter Schwur Piss Können wir ihn daten wenn du tankst? Du darfst aber nicht zu früh Stopwatch benutzen Komm Topplay Nee, ich bin noch zu spät Ja warte, warte, mach erstmal Minim Stays ist gleich da Ich hab holt und alles Lass mal Herold machen Komm 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 Nein, die Portain Danke Okay Lass den live Ich tank Ich tank Ich tank Ey, du hast mich doch gesehen Ich hab gesagt ich muss Ja und dann denke ich dass du genug Gehirn hast Leg sofort ab Wenn ich die Golems mach da 20 Sekunden Ich hab Exos Nein Ich kann ihn weg Ich hab keinen Mana mehr Aber ich hab Exos Nein Nein In der Theorie Search of History Ich geh aber weg Ich geh aber weg Obwohl nein ich bin nicht weg Mhm Okay ich hab genug Mana für den Taunt Und wir haben hin Ja alles easy Ich taunt ihn David Mit dem Double Womit Nein Was ist hier los? Was ist tot? Ich verwirr Was tauern kriegen Wie geht? Okay nice Und jetzt Kai die Legenda Legenda aus Davideos Nice Good job Ja mancher So geht das Nice Go Boys Ich bin dafür dass wir uns so Jerseys anfertigen lassen Ich hab die Nummer 69 Ich hab die Nummer 69 Was ist das da drücken? Boys Ich komm von hinten aufs Karte Du hast schon gesehen wie ich ihn dir gelassen hab und einfach stehen gelieb Cool Ja Das ist die Getten Dauer Das ist so ansonsten Fucking Flash schon wieder oder Ich hab nichts bekommen Hat nichts bekommen Nettop Ja, doch. Ich hatte es gerne holten. Okay. Ich dachte, du hattest es noch holen. Sorry, David. Mal weg. Mal weg. Wir turnen leuchten, wir turnen leuchten. Da war eine Arme auf Ende. Töne die nicht, keine Mana. Was? Die könnt ihr auch noch umbringen. Die sind zwei Level unterlevelt. Mach einfach Q und dann Flash auf irgendwem von den beiden draus. Wenn du ihn einmal geslowt hast, ist er tot. Einfach jetzt Q und dann aufflashen. Wieso ist der Typ so slow? Hat er keine Boots? Doch hat er. Ich habe eine E auf ihn gecastet, deshalb... Ach so, okay, er hat es vorhin nicht mitgekriegt. Jetzt hatte ich gerade ganz kurz... Ja, in Österreich ist das eine Minute verzögert. Oder zehn. Hier Toplane. Weil ich habe einen Scheiß. Ey, ich habe sogar gar nicht so schlecht gefahren. Ich habe echt einen Lost Job. Ich bin eingesperrt für eine halbe Stunde, Jungs. Wie kommst du denn da? Was? Nein, ich habe wieder an den Kopf geraden. Auch hier hinten. Alles, danke! Oh, 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 oh! Ich denke ich haue. Denk wie nicht mehr. Ich rennt noch mal in den Tod ran. Er hat mich autotaggt. Achso das meinst du? Ich muss rein. Damage. Auskommen! Bei mir sind 2 Volus wenn denken dass sie etwas machen können. Aufwählen! Oh, der ist ja so schlimm. Oh, der ist ja so schlimm. Wie lange ist denn die Stunndauer von dem Boll? Ist ja richtig dumm. Wie lange, du? Der Zeit hier ist gut. Ja. Ich hab dich jusquroartet. Seh schon, nice. Oh, ist das zuhause. der mag mich nicht also jake ich mache jetzt die sikke kombo pass auf ich gehe richtig heim rein durch instant stopwatch du ist mich und wir bringen sie alle sie hat schon geflasht so wo ist taktik nummero 1 kommt jetzt und hier was machst du jetzt war lang ich jetzt fullhelm rein ich gehe rein ich gehe rein ich gehe rein ich dachte halt dass du mich holtest beziehungsweise vor allem dachte ich halt dass die gegner so hemmen auf mich sind wie sie es bisher die ganze zeit gewesen und ich darf mir halt nicht zu viel zeit damit lassen weil annie halt instante was hat aber sie ist halt zu slow im kopf plan war gut gegner waren zu slow gehören du kannst mich holten während ich sofort spinn du musst halt auf das icon klicken glaube ich aber ich glaube du kannst auch wenn während ich in sonja spinn das auf mich klicken weil weiß ich nicht jetzt werden darf ich ehrlich wirklich ist das euer ernst mit der w hat sie mich getötet aber das war die türen mal auf die war das nicht näher was sich umgewacht hat da steht doch das ist ich komme ich komme ich glaube ich glaube doch den will ich nicht haben nice GG kurz zwei Kits gemacht jetzt S plus ok ich hab zu wenig Farm aber ich brauche die Supporter Plus viel früh Flo wann bist du eigentlich mal ein Gerund? really nuts